Hallo und herzlich willkommen bei One to Punch. Ich bin Vitali Becker und heute habe ich für euch Reaktion Ball vorbereitet von Firma Kettler. Leute fragen mich immer wieder was die Sachen kosten was wir testen und zwar diese zwei Bälle Verpackung kostet 12,95 Euro. Wie ich schon gesagt habe, wie ihr seht von Firma Kettler. Was wir alles drin haben, gucken wir gleich drin. Wir machen Verpackung drauf. Wir haben einen großen Ball. Wir haben einen kleinen Ball da. So sieht der aus. Und ein paar Bedienungseinleitungen, die wir nicht brauchen. Wofür ihr das am besten einsetzen könnt, zum Beispiel zum Aufwärmung. Super gut. Man hat die ganze Zeit Spaß. Man macht verrückte Sachen und man wird automatisch warm. Deswegen, ich finde für Aufwärmung exzellent. Ich finde man muss so Sachen von anderen Sport nehmen und bei uns einbauen, weil man hat sofort mehr Spaß beim Training und genau das braucht mehr. Spaß gleichzeitig wir sind besser und deswegen verfolge ich das immer wieder und versuche ich für euch was Neues herauszufinden. Israelites! Auf geht's! Auf geht's! Auf geht's! Auf geht's! Auf geht's! Was ist denn los? Schliegenau. Zack. Hier. Okay! Und diesen Ball habe ich richtig Respekt, weil immer wieder, wenn er rauf fällt und hoch springt, dann weißt du gar nicht, rechts oder links fliegt er, nach vorne oder nach hinten. Und genau das hat übertrieben Spaß gemacht. Ihr könnt auf unserem Kanal noch ein Video sehen, wo wir mit dem Tennisball Reaktion trainiert haben. Das könnt ihr auch anschauen und das ist eine Alternative dazu, wo ihr einfach in der Bewegung was anderes ausprobieren könnt. Schaut weiter, One to Punch. Ich hoffe es hat euch gefallen. Wir machen jede Woche neue Videos, verpasst nichts Neues. Bis zum nächsten Mal. Ciao!